Heute räumen wir mal mit ein paar Steckleiter-Mythen auf. Habt ihr schon mal gehört, dass die Steckleiter drei Sprossen Überstand haben muss? Und wie schaut es eigentlich aus, wenn die Steckleiter für die Anleiterbereitschaft genutzt wird? Und was passiert, wenn man mehr als vier Steckleiter-Teile im Einsatz braucht? Das alles schauen wir uns in diesem Video an. Hast du Lust auf regelmäßige Feuerwehr-Videos? Dann klick einfach hier unten auf Abonnieren und du wirst immer über neue Videos informiert. Es gibt eine weit verbreitete Aussage über die Steckleiter und die kenne ich schon seit meiner Jugendfeuerwehr. Wenn man von der Steckleiter ins Gebäude übersteigt, müssen drei Sprossen überstehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das ursprünglich herkommt. Lasst uns daher einfach mal einen Blick in die FWDV 10, das ist die für tragbare Leitern aus dem Jahr 1996 Werfen. Wenn man sich dort die Einsatzgrundsätze anschaut, findet man erstmal zum Thema Sprossenüberstand überhaupt nichts. Also suchen wir mal weiter und stoßen auf die Unfallverhütungsvorschrift Leitern und Dritte. Unter Paragraf 22 Absatz 2 heißt es, Versicherte dürfen Anlegeleitern nur so anlegen, dass diese mindestens ein Meter über die Austrittsstelle hinausragen. Okay, da steht zwar jetzt nichts von drei Sprossen, aber da ein Meter ja ungefähr die Länge von drei Sprossen entspricht, ist das ja schon mal eine Vorgabe. Interessant ist allerdings, und das ist schon seit 25 Jahren so, dass der Satz noch weiter geht. Und zwar, wenn nicht andere gleichwertige Möglichkeiten zum Festhalten vorhanden sind. Das heißt, der ein Meter Überstand ist überhaupt keine Pflicht, sondern nur notwendig, wenn man sich sonst nicht anderweitig festhalten kann. Daher wundert es schon, dass der Drei-Sprossen-Mythos als absolute Pflicht schon so lange überdauern kann. Dass es hier Aufklärungsbedarf gibt, kam auch beim Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zuwille Verteidigung dem AFKZV an. Das sind die Autoren der Feuerwehrdienstvorschriften und umso erfreulicher ist es, dass es in der neuen FWD V10 jetzt ganz genau drin steht. Bei den allgemeinen Einsatzgrundsätzen heißt es, Anlegeleitern sollen mindestens ein Meter über die Austrittsstelle hinausragen, mindestens drei Sprossen. Sind andere gleichwertige Möglichkeiten zum Festhalten vorhanden, zum Beispiel Geländerholme, Fensterlaibungen, ist es ausreichend, wenn Leitern bis zur Höhe des Überstiegs reichen. Unter Fensterlaibungen versteht man übrigens die Mauer links und rechts am Fenster. Und für alle die, die das mit dem fehlenden Sprossenüberstand immer noch nicht wirklich glauben können, es gibt in der FWD V10 auf Seite 50 sogar ein Bild, in dem eine Einsatzkraft zu sehen ist, die ohne Überstand ins Fenster steigt. Dazu muss man auch wissen, dass es aus Sicht der Musterbeordnung einen Sprossenüberstand von 1 Meter gar nicht geben kann. Denn laut Musterbeordnung ist bis zu einer Rettungshöhe von 8 Meter die Steckleiter ausreichend. Jetzt hat die Steckleiter ja nur 8,40 Meter, das heißt selbst wenn ich die vierteilige Steckleiter senkrecht hinstellen würde, könnten wir den Überstand von 1 Meter gar nicht sicherstellen. Denn 8 Meter Rettungshöhe plus 1 Meter Sprossenüberstand wäre eine Länge von 9 Metern. Und so lange ist die Steckleiter gar nicht. Und dann gibt es ja auch noch die Fenstergröße. Auch die ist laut Musterbeordnung vorgegeben und muss mindestens 90 x 120 cm betragen. Bei diesen Abmessungen wird es mit dem Sprossenüberstand im Fenster auch ganz schön eng, vor allem wenn man noch mit PA ins Fenster einsteigen muss. Hier hilft es, wenn die Steckleiter neben dem Fenster in Stellung gebracht wird und ihr von dort ins Fenster einsteigt. Bevor jetzt irgendjemand vom Stuhl fliegt und fragt, ist denn das überhaupt erlaubt? Ja, das ist es. Auf Seite 51 der FEDV 10 gibt es ein schickes Bild, auf dem genau diese Art des Einstiegs dargestellt wird. Vielen Dank an Markus Kaiser, Ralf Groß und Rochus Häuselmann, die mich auf diese Frage aufmerksam gemacht haben. Und weiter geht's mit der Steckleiter. Diesmal schauen wir uns nicht die Rettung von Fremdpersonen an, sondern es geht um uns selbst. Ralf Groß hat gefragt, ob eine Anleiterbereitschaft mit Steckleiter sinnvoll ist und wenn ja, wie. Die letzten Jahre hat sich ja das Thema Anleiterbereitschaft in Deutschland ganz gut entwickelt. Häufig wird das aber über die Drehleiter gemacht. Wenn die aber mit der Personenrettung beschäftigt ist, nicht das Objekt anfahren kann oder du keine DLK zur Verfügung hast, geht die Anleiterbereitschaft natürlich auch ohne Drehleiter. Das Schöne daran, eine Steckleiter ist auf jedem Löschfahrzeug vorhanden und steht ihr dadurch immer zur Verfügung. Im Roten Heft 226 aus dem Kohlhammer Verlag geht es um die Anleiterbereitschaft. Sie ist immer dann notwendig, wenn sich die Brandstelle in einem Obergeschoss befindet, das heißt also ab dem 1. OG. Oder wenn eine Personensuche über dem Brandgeschoss durchgeführt wird. Wenn wir uns das an diesem Beispiel anschauen, dann brennt es hier im 1. OG eines Gebäudes. Durch zwei Eingriffstrupps wird der Brand bekämpft und in allen Stockwerken nach Personen gesucht. Mit der Steckleiter sollte sowohl im Brandgeschoss im 1. OG wie auch im darüberliegenden Geschoss die Anleiterbereitschaft hergestellt werden. Übrigens, auch in der FWDV 10 hat das Thema Anleiterbereitschaft Einzug erhalten, auch wenn es ehrlich gesagt etwas versteckt ist. Bei den Einsatzgrundsätzen heißt es, eine am Gebäude angestellte, unbesetzte Leiter darf nicht ohne weiteres entfernt werden. Insbesondere, wenn die Anleiterbereitschaft mit tragbaren Leitern erfolgt. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass ihr den Angriffstrupp auf die Anleiterbereitschaft hinweist. Denn die müssen ja auch wissen, welche alternativen Rettungswege sie haben, falls der Rückzugsweg abgeschnitten ist. Bei der Anleiterbereitschaft müsst ihr euch auch überlegen, welche Taktik ihr anwendet. In den USA wird häufig der sogenannte Bailout trainiert, bei dem der Angriffstrupp fluchtartig kopfüber aus dem Gebäude sich auf eine tragbare Leiter rettet. Hierbei darf die Steckleiter aber nicht überstehen, weil sonst der Weg im Fenster versperrt ist. Und es muss ein flacher Anstellwinkel gewählt werden, der unter 65 Grad ist. Zudem empfiehlt das rote Heft, dass die Steckleiter mit einem Trupp besetzt sein sollte, um gegebenenfalls eine Umpositionierung vorzunehmen. Die Frage ist halt, ob man genug Personal hat, um das auch wirklich durchzuführen. Abschließend kann man aber sagen, dass die Anleiterbereitschaft mit Steckleitern sowohl in der FEDV 10 und der Fachliteratur empfohlen wird und durch die hohe Verfügbarkeit dieses Leitertyps einfach durchgeführt werden kann. Kommen wir zur nächsten spannenden Frage, die euch sicherlich auch schon über den Weg gelaufen ist. Wie viele Steckleiterteile darf man maximal zusammenstecken? Die FEDV 10 lässt da durchaus etwas Spielraum. In den Einsatzgrundsätzen auf Seite 24 steht bei den Einsatzgrundsätzen der Steckleiter, grundsätzlich dürfen nicht mehr als vier Steckleiterteile miteinander verbunden werden. Im juristischen Sprachgebrauch bedeutet grundsätzlich, dass die vier Steckleiterteile einen Grundsatz darstellen, von dem es aber auch Ausnahmen gibt. Zudem findet sich im Vorwort der FEDV 10 auf Seite 5 folgende Formulierung. Der Führer einer taktischen Einheit kann von den Regelungen dieser Feuerwehrdienstvorschrift abweichen, wenn dies zur Sicherstellung des Einsatzerfolges erforderlich ist. Das gibt jetzt als Einheitsführer erstmal weitreichende Freiheiten, aber sei dir auch der Verantwortung und der Gefahr bewusst. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, kurz DGUV, legt die Anzahl der Steckleiterteile übrigens etwas enger aus. In der Information Sicherheit im Feuerwehrdienst heißt es auf Seite 271, es dürfen nicht mehr als vier Steckleiterteile zusammengesteckt werden. Jetzt dürfte jeder von euch gleich einen Satz im Kopf haben, der im Zusammenhang mit UVVen öfters fällt. Im Einzelfall kann bei Einsätzen unter Beachtung des Eigenschutzes zur Rettung von Personen aus Lebensgefahr von den Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften abgewichen werden. Das steht so in § 15 Absatz 1 der Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren. Ein Wörtchen wird dabei aber schnell übersehen und zwar ist die Rede vom Einzelfall. Das heißt, es darf nicht die Regel sein oder gar geplant sein, dass ihr die Leute immer mit einer siebenteiligen Steckleiter vom Fensterbrett holt. In der Praxis kommt sowas auch in seltenen Fällen immer wieder mal vor und vielleicht habt ihr auch schon von dem Fall aus Köln gehört. Am 9. September 1987 kam es dort zu einem Brand in einem siebenstöckigen Wohn- und Geschäftshaus, das mit einem viergeschossigen Hinterhaus verbunden war. Im Haupthaus brannte der Treppenraum sowie das dritte und vierte Obergeschoss und im Hinterhaus brannte das zweite und dritte OG. Zwei Personen waren aus dem Hinterhaus bereits gesprungen und lagen verletzt auf dem Vordach. Eine weitere Person befand sich auf einem Fenstersims in 16 Meter Höhe. Problem war jetzt, dass auf dem Hinterhof keine Drehleiter in Stellung gebracht werden konnte und deshalb wurde dem Mann eine Leine zugeworfen, die er an sich selbst und dem Fensterkreuz befestigte. Über einen engen Treppenraum und mehrere Vordächer wurde dann eine wackelige, achtteilige Steckleiter aufgebaut, die fast bis zu den Füßen des Mannes reichten. Das wackelige Konstrukt wurde zusätzlich auf halber Höhe durch einen Feuermann aus dem Fenster stabilisiert. Über die Steckleiter und halb am Seil hängend konnte der Mann dann den Boden erreichen, während seine Wohnung durchzündete. Abgesehen von dieser dramatischen Rettungsaktion mussten parallel aus dem Vorderhaus Menschen über Drehleitern gerettet werden. Zudem wurde von den Einsatzkräften zwei Brandtote im dritten und fünften Obergeschoss entdeckt. Dieses Beispiel zeigt, wie dynamisch eine solche Menschenrettung ablaufen kann und dass es unter Umständen auch mal notwendig sein kann, einen ungewöhnlichen Weg zu gehen, um die Menschenrettung erfolgreich durchzuführen. Aber auch bei weniger dramatischen Einsätzen kann es notwendig sein, eine Steckleiter zu verlängern. Um einen Gleitschirmflieger aus einer Baumkrone im unwegsamen Gelände zu retten, setzte die freiwillige Feuerwehr Hüfingen zusammen mit den Höhenreitern letztes Jahr eine sechsteilige Steckleiter ein. Der Gleitschirmflieger befand sich in der Baumkrone an einem Hang, wo weder Drehleiter noch andere Hilfsmittel eingesetzt werden konnten. Mit einer sechsteiligen Steckleiter gelangten die Einsatzkräfte zum Patienten im Baum und konnten ihn dann durch die Höhenretter abseilen. Eins ist mir wichtig, mehr als vier Steckleiterteile einsetzen ist natürlich kein Standardprozedere und hat auch viele Risiken. Nach meinem Verständnis sind solche Rettungsaktionen aber auf Basis der aktuellen Vorschriften möglich, wenn es keine anderen Optionen zur Menschenrettung gibt. Wenn du wissen möchtest, warum die Steckleiter genau 8,40 Meter lang ist, dann klick auf das Video hier oben. Falls dich interessiert, wie realistisch die Menschenrettung über eine Steckleiter ist, dann drücke auf das Video hier unten. Und falls du meinen Kanal abonnieren möchtest, kannst du hier auf das Feuerwehrleben-Logo vor mir klicken.